Wir alle kennen Facebook. Fast jeder zweite Deutsche ist Mitglied in Mark Zuckerbergs Freunde-Club. Obwohl eigentlich ja alle wissen, dass Facebook sein Geld damit verdient, uns alle gnadenlos zu durchleuchten. Wirklich alles wird ausgewertet, jede Aktion, jede Reaktion, um auf die User perfekt zugeschnittene Online-Werbung präsentieren zu können. Ja, das, was Cambridge Analytica da gemacht hat, ist im Grunde genommen kein Missbrauch, sondern ein konsequenter Gebrauch der vorhandenen Daten. So wie Facebook das nämlich immer macht, den User möglichst genau kennenlernen und dann zielgerichtet Werbung präsentieren, die seine intimsten Bedürfnisse anspricht. Dank diesem Whistleblower hier wissen wir mittlerweile, was möglich ist, was passieren kann, wenn man vorhandene Daten ausnutzt und diese Daten in falsche Hände geraten. Nämlich, man kann ganz gezielt Propaganda machen. Und was sagen viele Facebook-Benutzer da? Sie sagen, achselzuckend, ist mir doch egal, wenn sie was über mich wissen oder sie wissen gar nicht so viel über mich, weil ich nur ganz wenige Sachen dort poste. Aber das ist ein Trugschluss. Entscheidend ist nämlich nicht, ob ich einzelne Tierfotos poste oder bei Facebook, wie hier in meinem Profil, zu Diskussionen anrege. Das spielt eine Rolle, ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, was ich bei Facebook alles so mache. Welche Restaurants ich gehe, wo ich mich aufhalte, welche Artikel ich lese, welche ich like oder sogar teile. Diese Daten werden dann gesammelt und von Facebook zu einem messerscharfen Profil ausgewertet. Jetzt hat der Chefentwickler von Facebook, Chris Cox, in einem ARD-Interview angekündigt, dass der User in Zukunft mehr Möglichkeiten haben soll, seine Privatsphäre zu schützen, insbesondere Daten mit Apps nicht mehr so freizügig zu teilen. Eins bleibt aber definitiv beim Alten. Facebook sammelt auch in Zukunft so viele Daten wie nur möglich. Wer Facebook nicht mit Daten versorgen möchte, der sollte es also nicht nutzen. Oder so wenig wie möglich. Einige Dinge kann man immerhin beeinflussen. In den Privatsphäre-Einstellungen. Dort kann man zum Beispiel festlegen, ob jeder sehen darf, was ich like oder nur die Freunde oder niemand. Facebook weiß es trotzdem, aber die anderen können es dann zumindest nicht sehen. Vorsicht, Falle übrigens. Facebook sammelt sogar Daten über Menschen, die gerade gar nicht bei Facebook sind oder nicht mal Mitglied dort sind. Ungefragt und unkontrolliert. Das geschieht über die Like-Buttons, die es überall im Netz gibt. Wenn diese Buttons von Facebook direkt kommen, senden sie Infos an Facebook. Etwa, welche Webseite man gerade besucht. All das zeigt, es gibt praktisch keinen drinnen. Was aber tun? Denn Stecker ziehen, naja, das wäre schon eine Möglichkeit. Und es gibt mittlerweile sogar eine Initiative. Und die nennt sich Hashtag Delayed Facebook. Auf Twitter gegen Facebook, das hat schon eine gewisse Ironie, finde ich. Aber es gibt prominente Unterstützung. Zum Beispiel von diesem Mann hier, Brian Acton. Der ehemalige Mitbegründer von WhatsApp hat WhatsApp für Milliarden an Facebook verkauft. Der sagt mittlerweile, Facebook hat das Vertrauen von uns nicht mehr verdient. Macht, dass ihr wegkommt. Aber das wäre natürlich eine Kapitulation vor der Macht von Facebook. Deswegen ist jetzt die Politik gefordert. Die hat ja mehr oder weniger jahrelang gar nichts getan. Und deswegen konnten die Konzerne machen, was sie wollen. Jetzt muss die Politik aber agieren. Aber die Politik schläft oder ist zumindest sehr träge. Reagiert nur, wie in dem Fall ja jetzt auch wieder, anstatt wirklich zu gestalten. Es fehlt an Konzepten, an Ideen und eben auch an Gesetzen. Wir Benutzer werden wirklich im Stich gelassen. Die Kritik an Tech-Giganten wie Facebook, aber auch Google, Amazon und Co. nimmt weltweit erkennbar zu. Tech-Lash wird das genannt. Ein Kunstwort, das sich aus Technologie und dem englischen Wort Backlash, Gegenreaktion, zusammensetzt. Es geht um die schiere Marktmacht von Unternehmen wie Amazon, die alles plattwalzen. Es geht auch um das zunehmende Unbehagen, dass immer und überall Mobilgeräte zum Einsatz kommen. Und die Angst vor neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz, Roboter oder autonome Fahrzeuge. Die Sorgen entstehen, weil die Politik keine Leitplanken aufstellt. Doch genau das muss jetzt passieren. Ja, sehr viel mehr über das Thema gibt es von mir in meinem Blog Digitalistan und auf Facebook, Twitter und Co. natürlich ebenfalls. Und dort können wir auch gerne diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020